Hallo und schönen guten Tag Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft, aber diesmal zu Minecraft Adventure und wir beginnen jetzt hier direkt Ja, ähm, ich hab hier leider schon angefangen, dann ist mein PC abgeschmiert Deswegen wahrscheinlich schon so weit Mach einfach mal ne viertel Stunde und hoffe, dass so lange mein PC durchhält Hoffe, dass mich jetzt hier niemand auf Skype zu spand So, wir haben jetzt 36 Müssten wir dann bis um 51 machen Das werden wir sicherlich doch schon hinkriegen Jetzt hapert's schon so langsam So So Das ist jetzt mein, mein Hustle Level Obwohl, ne, jetzt ist ein anderes Aber es hat auch mit Leitern zu tun Das Level ist wiederum wieder ein bisschen einfacher Oh Musik ist gerade ein bisschen Musik fällt mich aber gerade auch ein bisschen ab, kann ich auch 5% lassen Überhaupt ziehen Je nachdem, wie ich es haben möchte Mich nervt die Musik nach einer Zeit, wenn ich zum Beispiel manchmal irgendwie 4 Stunden lang Minecraft durchzocke Ähm, dann Falkt die Musik schon An der Zeit ab Ich hoffe, dass mein Computer da nicht abkackt Ich hoffe, dass mein Computer da nicht abkackt Und dann Bekackt die Musik Ich bin gerade in Adventure Mode, weil die ganzen Regeln und so mal durchlesen steht die ist wohl trennen ich war bis vor man schon mal gucken wie es dann mit denen allerdings um es wird mit dem um mit dem mit trug letztlich als kabel wie ich das daran mache weil 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 ja weil mein PC mal die ganze Zeit abkackt und nicht eigentlich der Lied, die er jetzt bläst, ja 20 Minuten machen möchte so, ich bin so ein bisschen geübt hier gestern Abend noch gespielt, die Map hier die erste Stage komplett durch Scheiße so das ist wieder hier easy 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 ja wenn man es kann, klar kommt hier ich bin solche beim ersten Mal auch mal abends mal ein bisschen abgekackt, aber aber es wurde noch ich bin auch ich bin auch am am überlegen, ob ich in die Intros im Klima absetzen soll, weil weil es für das Interesse bringt nicht so viel, wenn man eins hat das das ist eigentlich auch nochmal 10 Sekunden des Videos nachher auf die 10 Sekunden kann man eigentlich noch verzichten also könnt ihr auch mal drüber abstimmen dann weil mich würde es mal interessieren, ob ihr unbedingt ein Intro haben wollt weil dann werde ich das ja weiter hin so machen ich habe aber ja auch ein neues Intro gemacht, weil irgendjemand anderes habe ich glaube ich gelöscht irgendwie wie auch immer ich das hinbekommen habe ich habe es hinbekommen muss ich jetzt eigentlich die Leitern das war aber knapp oh ja da wir können es auch so machen, da ich dann immer eine Stage mache ja dann kann ich sagen, dass es jetzt erst jetzt hier mal fürs erste war dann bin ich jetzt froh und happy dass mein PC jetzt nicht abgekackt ist sage ich hiermit tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss